Du hörst Berichte darüber, dass eine vollkommene Überwachung kommen soll. Auch sozialkritische Menschen sind schon an die Öffentlichkeit gegangen, haben da Vorträge gehalten darüber, dass es gibt schon Länder, die fahren solche Systeme im Orient, dass es gibt so soziale Kreditsysteme, wo Menschen vollkommen überwacht werden. Wenn jemand sein Auto falsch da parkt oder er lässt irgendwas liegen oder er räumt seinen Müll nicht weg oder er hat irgendwo einen Kredit nicht zurückgezahlt oder er hat da für Stunk gesorgt in der Nachbarschaft oder er hat eine Wohnung demoliert, alles wird in irgendeine Abte da gesammelt und das hat dann Auswirkungen auf ein späteres Leben. Es beeinflusst dann, wie viel du einkaufen kannst oder ich kenne jetzt die ganzen Details nicht, aber ungefähr. Das heißt, du hast irgendwo so ein System, wo jeder reinschauen kann und dann bist du ein guter Bürger oder kein guter Bürger und das hat dementsprechend dann Einschnitte oder vielleicht Vorteile. Und da sagt man, dass dies kommt auf die Menschen zu, ist ganz schrecklich, wer will das schon, überall sind Kamera, überall wirst du abgehört im Auto, du hast keine Handhabe mehr. Man sagt, dass die Smartphones dich abhören, dein Fernseher kann dich überwachen. Das ist ja ein Albtraum, sagen viele Menschen und die Menschheit soll sich in Acht nehmen. Aus der Sichtweise von jemand, der jetzt an die Bibel glaubt, dass das Wort Gottes von Gott inspiriert, das heißt Gott hat Menschen inspiriert, etwas niederzuschreiben, ich sehe jetzt das Niedergeschriebene nicht unbedingt als die Hauptinspiration, sondern der Geist Gottes hat die Männer inspiriert und diese Erfahrung, das was sie hatten, haben sie jetzt niedergeschrieben. Und das, was sie niedergeschrieben haben, das sehe ich als inspiriert. Und aus diesen Ideen nehme ich jetzt mein Verständnis von was Gott uns sagen möchte. Damit meine ich jetzt nicht, dass jedes gedruckte Buch fanatisch überprüft werden muss, ob ein Wort fehlt, nicht fehlt und nur eins von diesen ganzen Druckversionen wäre jetzt die hauptinspirierte Quelle, wenn du weißt, was ich meine. Aber zusammengefasst würde ich sagen, ich kann die Bibel schon nehmen und ich nehme die Bibel als die Quelle, wo ich von Männern lese, Briefe, die Tora und das ist von Gott inspiriert. Das heißt, er ist mein Wegweiser, okay? Das ist da, wo ich meine Ideen hernehme über Moral und Beziehung zu Gott und die Berichte über Christus und die Männer haben ihr Blut gegeben, die Christus nachgefolgt sind, damit wir das haben. Es ist wichtig, dass wir es haben. Also ohne den hätten wir keine Wegweisung. So, das ist meine Sichtweise. Aus der Sichtweise von jemand, der an Gott glaubt, der sein Wort liest, okay? Das, was er uns hinterlassen hat als Wegweisung, überrascht es mich, dass so viele Menschen, die erstmal offenkündig nichts mit Gott zu tun haben, die zitieren nicht aus seinem Wort oder die sagen nicht, dass sie Gott nachfolgen wollen, dann aber ein Problem haben, dass sie überwacht werden, weil der Schöpfer, der dieses Wort uns gegeben hat, überwacht ja alles, alles, alles und zwar den ganzen Tag. Über diese Überwachung machen die Menschen sich aber gar keine Gedanken. Das heißt, dass Gott jeden Tag zuschaut, was sie machen, was sie filmen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen in den letzten Monaten, Jahren, in der letzten Zeit. Sachen sind beschlossen worden. Es gab Dinge hier in der Welt. Du siehst, wie die Gesellschaft und wie das moralische Bild sich verändert. Dinge, die heute öffentlich gemacht werden. Wir haben es damals nicht gewagt, es anzusprechen vor einem Lehrer in der Schule. Ist aber heute vollkommen salonfähig. Und mein Kopf raucht noch teilweise über die ganzen Sachen, die veröffentlicht werden und womit Menschen überhaupt keine Probleme haben, was sie filmen, was sie ins Internet stellen. Ganz normal, ganz salopp. Das alles ist kein Problem. Aber aus den gleichen Quellen ungefähr, sagt man, es kommt eine vollkommene Überwachung und die macht einen jetzt Sorgen. Okay, so der Schöpfer überwacht alles. Das macht den Menschen keine Sorgen. Aber dass Kamera und Dinge im Auto sie abhören, das macht aber große, große Sorgen. Kannst du es mir erklären? Was denkst du, läuft hier gerade? Okay, ich habe eine These dazu. Vielleicht werden wir sie gemeinsam verstehen. Hier, 2 Korinther Kapitel 16, ist nur ein Vers. Vers 9. Hier gibt es einen Ausspruch. Wir wollen uns nur mit der Kernaussage hier befassen. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dann die Botschaft an den König. Du hast hierin töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. Also die Botschaft ist, der Herr sieht alles, 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 alles. So, wenn wir jetzt sagen, dass der Herr sieht alles, was habe ich jetzt eigentlich groß zu verbergen, wenn ich an Gott glaube? Wenn Menschen, die nicht an Gott glauben, keine Probleme haben, sonst was zu veröffentlichen, über was macht man sich Gedanken? Ich möchte dir sagen, wo es hingeht. Okay? Wo es hingeht, das schneidet an mit dem, was wir in den letzten Videos gesagt haben. Ich schneide es mal an und dann bauen wir es aus. Wir haben im letzten Video gesagt, und ich weiß, wovon ich spreche, es gibt ein Fest, wo Menschen sagen, sie feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Zu diesem Fest nehmen sie Hühnereier. Ja, selbst ausgepustete Hühnereier, die bemalt man mit verschiedenen Farben. Die hängt man auf. Dann, wenn man vielleicht einen Ort hat, wo man anbetet, schmückt man diesen Ort aus mit Blumen. Man setzt da irgendwelche Hasen auf. Dann kocht man irgendwas. Wenn du fragst, was macht man, dann sagen diese Menschen, dass die feiern die Auferstehung von Jesus Christus. Und es hat auch in manchen Instanzen keinen Sinn, mit den Menschen zu sprechen darüber. Weil es macht ja keinen Sinn, aber die sagen, es ist so. Okay? Und das haben wir letztens angesprochen im Video. Und die Frage ist jetzt, worin ist jetzt die Tücke? Geht es darum, dass diese falschen Feste gefeiert werden sollen? Ist das, was der Feind will? Naja, klar, der Feind, zweifelsohne, will, dass Menschen das Falsche machen. Aber das Feiern des Festes an sich kommt aus Babylon. Es sind Riten, Fruchtbarkeitsriten etc. Jeder, der nur ein bisschen forscht mit den ganzen Sachen, die du heute hast, findet es innerhalb zwei, drei Minuten. Genau daher kommt es her. Aber die Menschen sagen, die tun es für Christus. Geht es dem Feind jetzt nur um die Perversion des Festes? Weil dieses Fest kommt ja ungefähr zur gleichen Zeit vor wie das Pesachfest. Das kommt ja aus der Bibel. Worum geht es jetzt da? Möchte der Feind nur, dass die Menschen die falschen Feste feiern oder geht es noch etwas tiefer? Natürlich. Etwas ganz Bestimmtes soll erreicht werden. Und das werden wir erklären, während wir uns dieses Thema anschauen. Das Feiern des falschen Festes ist nicht die ganze Miete. Gut, also der Herr überwacht alles, alles. Wir bauen es gleich noch weiter aus. Und Maschiach sagt dir etwas in Matthäus Kapitel 12. Der Messias sagt, das ist nur ein Vers, das ist Vers 36. Er sagt das. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Wie geht das? Das alles, was du je gesagt hast, wird aufgenommen. Das ist irgendwo gespeichert. Der Vater braucht das nicht, weil er weiß alles, aber um im Gericht das zu beweisen, wird es wiedergegeben. Wie? Naja, aus meinem Verständnis, ich denke, dass die Bibel uns die Antwort ganz klar gibt. Denn im Himmel gibt es die höchste Technik, die du dir nur vorstellen kannst. Aus meinem Verständnis. Wenn du es anders siehst, das mag so sein. Ezekiel Kapitel 1. Der Prophet, der hat eine Vision. Und hier geht es da um das Haus Judah. Das Haus Judah hat stark gesündigt gegen den Herrn. Und der Herr tadelt sie sehr. Die haben nichts gelernt vom Nordreich. Das Nordreich wurde weggetrieben, rausgenommen aus dem Land durch den König von Asyrien. 722 vor Christus. Und die haben nicht gelernt. Die treiben es weiter. Schlimmer. Die verstecken nichts. Die machen es offenkündig. Und der Herr ist erbost. Und er mahnt. Und jetzt im Bezug auf Judah bekommt der Prophet eine starke, kräftige Vision. In der Form, in der Stärke, mit Details um den Thronen Gottes herum. Das sehen wir erst wieder in Offenbarung. Und er sagt etwas. Ezekiel 1. Er beschreibt erstmal die Cherubim. Okay? Die feurigen Wesen mit den Flügeln. Und danach gibt uns dieses Detail. Er sagt in Vers 15. Als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, also die Cherubim. Jetzt kommt die nächste Etappe. Siehe, da war je ein Rat auf der Erde. Neben. Jedem der lebendigen Wesen. Bei ihren vier Gesichtern. Das Aussehen der Räder und ihre Gestaltung war wie der Schimmer eines Krisolith. Und alle vier hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen aber so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in dem anderen Rad. Wenn sie gingen, so liefen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Und ihre Felgen waren hoch und furchtgebietend. Und ihre Felgen waren voller Augen ringsrum bei allen Vieren. Ich habe jetzt hier einfach eine Abbildung genommen, welches das ungefähr wiedergibt. Und das dient jetzt nur zur Veranschaulichung. Aber ich denke, dass Ezekiel hat es so gut beschrieben, wie er es konnte. Ein Rad mit Augen. Das ist das Beste, was er kennt oder wie er es beschreiben konnte. Und Augen, was machen Augen? Die nehmen was auf. Die sehen. Die speichern was. Hier ist ein Gerät, biete ich dir an, aus meinem Verständnis, da bin ich überzeugt, das ist ein Speichergerät. Ja, etwas, was Dinge aufnehmen kann. Denn der Herr durchstreift die ganze Erde, er sieht alles, alles, alles. Jetzt im Gericht, um etwas wiederzugeben. Der Vater macht ja Verträge mit seinem Volk. Dinge, die der Mensch nachvollziehen kann. Er selber braucht keine Verträge. Wenn er was sagt, dann macht er das. Aber um Beweise hervorzubringen, wie Maschier es sagt, das scheint es ein adäquates Gerät zu sein. Wie es funktioniert, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gesehen, war noch nie da. Aber stell dir mal vor, das ist so etwas. Ja, mehr wissen wir nicht. Also, die Technik, wo Menschen sagen, Dinge sind böse, Smartphones sind böse, Überwachung ist böse, Kamera sind böse, nichts desgleichen. Es dient. Wenn du 8 Milliarden Menschen hast, dann brauchst du mehr als eine Pickaxe, eine Säge und einen Esel, um deine Geschäfte zu treiben. Oder einen Brunnen und da vielleicht da Straßen, die holprig sind. Da brauchst du Technik. Da brauchst du Dinge, wenn der Mensch nicht fliegen kann, wenn er lange braucht auf dem Meer, um von einem Ort zum nächsten zu kommen, dann braucht er etwas, um ihm zu helfen. Die Technik war schon längst vorgesehen. Und manche sagen, manche Dinge sind esoterisch, die sehen esoterisch aus. Das stimmt auch. Es gibt viele falsche Mächte in der Welt, die etwas pushen. Aber die Quelle, das kam ja alles aus Gott. Und einiges wurde pervertiert in einem falschen Geist. Deswegen hat auch der Schöpfer gesagt, wir sollen nichts nachahmen, um dieses anzubeten, dass man nicht verstrickt wird. Aber generell, wir wissen, dass alles kommt vom Vater. Jetzt zurück zu der Thematik, die Überwachung. Menschen haben also keine Probleme mit, dass Gott alles überwacht. Das stört gar nicht. Die nehmen sonst was auf. Die legen es auch ab auf irgendwelche Festplatten oder die zeigen es im Internet freizügig. Es macht überhaupt nichts aus. Aber dass alles überwacht wird, das scheint jetzt hier von großer Sorge zu sein. Die Frage ist, wo wäre das Problem? Wenn man jetzt über dich weiß, dass die Kredite werden rechtzeitig abgezahlt. Du hältst dein Versprechen. Du hast nichts zu verbergen. Die Sache ist, dass es gibt Dinge, die muss keiner erfahren. Nicht, weil es geheim ist, aber wir sind Fleisch und Blut und wir kämpfen mit gewissen Dingen. Okay, habe ich schon mal erwähnt in einem Video, dass ich war mal auf einer Veranstaltung. Ein bekennender Christ stand da, zündet sich eine Zigarette an und als ob alles normal wäre. Ich habe ihn darauf angesprochen. Warum tust du das? Und da war die Antwort, warum er gerichtet wird. Und ich denke, dass diese Menschen, die wissen eigentlich besser, aber die wollen es immer mit viel Drama umhöhlen. Keiner richtet dich, weil du mit Sachen zu tun hast. Okay, die Sache ist, willst du es öffentlich machen? Was ist der Nutzen, Dinge öffentlich zu machen? Es hat nichts zu tun, ob es geheim ist. Wenn es geheim ist, der Vater sieht es doch sowieso. Wen will man täuschen? Die Sache ist, dass, wenn du mit Sachen kämpfst und du gehst da salopp oder lass sie fair mit um, andere, die vielleicht ähnliche Kämpfe haben oder Kämpfe in anderen Bereichen, könnten das als falsches Beispiel nehmen und sagen, ach so, naja, wenn es gar nicht so schlimm ist, dann ich kämpfe ja auch noch mit Sachen. Also zeige ich das auch. Deswegen sollst du es geheim halten, ja? Sofern du wirklich kämpfst. Wenn du Dinge im Verborgenen machst und tust aber so öffentlich, als ob du diese Dinge nicht tust, naja, das ist da die Selbsttäuschung. Aber wenn du wirklich kämpfst, kämpfst, kämpfen tust, dann ist es verständlich, dass du Dinge erstmal im Verborgenen tust, ja? Deswegen, du musst nicht darüber berichten. Wenn man jetzt ein Streitgespräch mitbekommt, mit deinem Bruder hast du da eine erhitzte Diskussion oder mit deiner Frau, mit deinem Vater vielleicht oder Mutter, es geht um irgendetwas. Die Sache, um welches es geht, die ist wichtig. Und deswegen streitet ihr euch. Sonst gäbe es keinen Streit, ja? Im Café, wo ihr Rezepte austauscht und wie groß die Kinder jetzt sind und wer geht auf welche Schule, naja, es ist allgemeines Geplänkel, braucht man vielleicht, um erstmal warm zu werden, aber da geht es um nichts. Es ist keine Streitgefahr. Aber wenn es um irgendwas geht, mit engen Menschen um dich herum, dann werdet ihr euch unterhalten. Jetzt die Frage, soll man dieses Gespräch veröffentlichen? Warum? Wozu? Aber es wäre nicht geheim. Ich weiß, dass ich mal irgendwo war. Es war eine interessante Unterhaltung. Ich habe es auch mal irgendwo in einem Gespräch erwähnt, im Privaten. Derjenige, den ich besucht habe, schon erwachsen, Kinder sind schon aus dem Haus gezogen und er sagt, wenn er Besuch hat, die meisten Menschen, die ihn besuchen kommen, sind Erwachsene, ebenfalls reife gestandene Leute und selten hat er Kleinkinder. Jetzt bemerkt man, dass wenn er ins Badezimmer geht, dann schließt er nicht ab. Und als man das angesprochen hatte, wieso schließt er nicht ab, wenn du ins Bad gehst, dann sagt er, du, wenn ich hier im Haus bin, da sind doch nur Erwachsene. Und wenn ich mich entschuldige, um ins Badezimmer zu gehen, welcher Erwachsene käme jetzt auf die Idee, da hinterher zu kommen? Was erwartest du zu sehen, wenn ein erwachsener Mann im Badezimmer ist und er hat sich gerade entschuldigt? Also was denkst du, was du da sehen wirst? Und sehr guter Ansatz. Was denkst du, wirst du sehen im Schlafzimmer oder in der Küche oder im Abstellraum von irgendjemand, der da wohnt? Ja, was sollst du sehen wollen, dass du überwachen willst? Ist das, worum es geht? Und wenn man was sieht von dir, was du im Auto gesagt hast, was ist jetzt daran geheim, wenn du an Gott glaubst? Kommst du mit, wo ich hin will? Also von welcher Überwachung sprechen wir? Warum haben Menschen plötzlich Angst, überwacht zu werden? Ich sage dir, wo es hingeht, ist, dass die Überwachung, die kommt, weil Dinge gerade öffentlich sind, auf eine Art und Weise, ich weiß nicht, ob ich die Herausforderung aussprechen möchte, aber das letzte Mal, als ich im Buchladen war, um mal zu schauen, was für eine Art Buch ich einfach kaufen könnte, für meine Kinder, um mal was zu lesen, jedes Buch dort hatte irgendwas mit Dämonie zu tun. Also rein in einer Kultur, wo du an Gott glaubst, dürfte es nicht mal verkauft werden. Okay? Und ich sage dir, es wäre wahrscheinlich für die meisten Menschen kurioser, dass du am Nachmittag da sitzt mit deinen Kindern und du liest die Tora, dann werden sie sagen, wie verschroben seid ihr. Versuchst deinen Kindern jetzt hier da in eine Richtung zu pressen. Seid ihr etwa konservativ? Das würde eher kommen, wenn du vielleicht überwacht wirst, ja, wie du da einfach die Tora liest am Nachmittag bei einer Tasse Tee mit deinen Kindern. Aber wenn du eins dieser dämonischen Bücher liest, die mit Blut trinken und sowas zu tun, also wirklich, soll es mal sein, dass du mich mal besuchst und wir gehen mal in den Buchladen, ich zeige es dir, ja? Wirklich, jedes Buch, was ich da angefasst habe, gesehen habe, hat mit irgendeiner Thematik zu tun mit Okkult, Zauberei oder irgendetwas. Das alles ist überhaupt nicht geheim. Also sprich, wenn man überwacht wird, es tut gar nichts für Sache, dass man sieht, dass man solche Bücher liest. Also welche Überwachung kommt? Naja, später wird die gesamte Welt, ist jetzt schon, aber offenkündig in der Hand Satans sein, dass alles, was beschlossen wurde, gesetzlich ist satanisch. Okay? Wir sind noch nicht ganz da, aber wir steuern darauf zu. Und die Bibel hat uns vorausgewarnt. Jetzt will ich nicht wieder Bilder zeigen, weil ich habe das schon oft thematisiert. Ich versuche es in zwei Minuten nochmal hier zu erklären. Die Bibel spricht von einem Tier. Und dieses Tier hatte sieben Köpfe. Und diese sieben Köpfe sind einfach die Reiche, die mal waren. Und die sind jetzt wieder eins geworden, weil das Gebiet ist im Prinzip das Gleiche. Wir befinden uns in diesem Gebiet. Wenn du in Deutschland oder Schweiz oder Spanien, ja, dieses Gebiet um Europa herum ist das Zentrum des Tieres. So, aber dieses Tier wird die ganze Welt beherrschen. Das heißt, dieses Reich, was sich wieder geformt hat, wird so stark sein, dass die ganze Welt mitkommt. Jetzt, in der Offenbarung, wird ein Drache beschrieben mit sieben Köpfen. Das heißt, die Bibel sagt ja, dieses Reich ist der Satan und der Satan ist das Reich. Nun, der Satan ist ein gefallener Cherub. Der Satan ist kein Reich. Das heißt, die Reiche, ja, agieren in der Macht Satans. Wenn der Satan also an der Macht ist und er ist gegen Gott und alle folgen ihm, dann heißt es, dass alle befolgen die Gesetze, die er verfasst. Und die werden hundertprozentig gegen Gott sein. Das ist sein wahres Ziel. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er jetzt versucht, dass Menschen, die sagen, sie glauben an Gott, dass sie falsche Festtage feiern, das ist nur die halbe Miete. Dass Menschen jetzt meinetwegen Hurrei betreiben, das ist nur die halbe Miete. Dass Menschen vielleicht da dämonische Sachen lesen, das ist auch nur die halbe Miete. Sondern es soll dahin gehen, dass das ist das Gesetz und zwar das gute Gesetz. Kommst du mit? Deswegen, wenn Menschen jetzt da sitzen und sie sagen, sie feiern die Weihnacht zu einem Zeitpunkt, wo die Sonne angebetet wurde, zu Zeiten von Babylon. Und die haben da sonst was für Riten gemacht, das haben die Heiden schon seit je und her gemacht. Okay? Das ist nichts Neues. Aber jetzt nehmen Christen das gleiche fest und sagen, wir feiern aber die Geburt von Christus. Oder sie nehmen diese Eier und sagen, wir feiern die Auferstehung von Christus. Genau dahin soll es auch gehen. Dass das Böse ist das gute Gesetz. Dass das Malzeichen. Das heißt, hätte es vor 10, 15 Jahren gesagt, hätte ich gefragt, wie, 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 jetzt weiß ich wann. Ist nur die Frage. Ganz klar. Die Menschen werden im Gericht, okay, im Senat, in der Politik, in diesem Endbild, komplett dem Satan verschrieben sein. Das ist das Malzeichen. Weil, nochmal, das habe ich schon mindestens 10 Mal hier vorgelesen oder erklärt. Das Zeichen von Gott ist, dass alles, was du tust, alle Gespräche, die man aufnehmen könnte, alles, was du hier forscht im Internet, alles, was du tust in deinem Leben, wenn du zu Gott gehörst, soll mit ihm zu tun haben. Zumindest sollst du in der Verantwortung sein, dass das auch der Fall ist. Du musst erklären können, warum hast du dieses Gespräch geführt, warum warst du dort, warum hast du auf diese Art und Weise agiert. Aber hier steht drin, höre Israel, mit Israel ist gemeint all die, die an Gott glauben, nicht nur das Volk oder Stamm oder Kultur oder Ethnicität. Der Herr ist unser Gott, der Herrlein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, es gibt so eine Art von Brauch, dass man irgendwelche Bibelferse nimmt und man steckt sie da auf die Stirn oder man klebt sie irgendwo an den Pfosten. Du weißt ja, dass es nicht, worum es geht. Es geht darum, dass alles, dein ganzes Haus, jedes Gespräch und du kämpfst und du hast ein Gespräch mit deiner Frau gehabt. Du wolltest deinen Kindern den Weg weisen. Du hast versucht, dich zu treffen mit deinem Bruder. Du hast über den Zaun zum Nachbarn gesprochen. Hat damit zu tun, du willst Menschen gewinnen, du willst ein Licht sein. Das soll in allem sein. Das Mahlzeichen ist aber, du hast gerade gelesen, okay? Ein Zeichen auf der Hand sollst du binden über deine Stirn. Das Mahlzeichen ist was? Das Mahlzeichen steht und das Tier, okay? Das Tier kommt, lange Passage, ich will jetzt nur auf die Essenz. Und es wurde ihm gegeben, ich gucke hier auf Vers 16. Denn es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Johannes hat die gleiche Sprache genommen. Das heißt, der Punkt ist gekommen, dass alles, was die Menschen machen, alles, 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 ist nach dem Beschluss von Satan. Aber das ist jetzt das gute Gesetz. Also vollkommen pervertiert. Und die Menschen haben es aber mit Freuden angenommen. Das heißt, um welche Überwachung geht es? Naja, wenn du jetzt eine Überwachung nimmst, denn im Hebräischen Malach Adonai, der Bote Gottes, Yeshua ist der höchste Bote. In unserer Übersetzung wäre es der Engel des Herrn. Jetzt denk mal nicht an ein Wesen mit Flügel, sondern im Hebräischen der Bote ist einfach jemand, der kommt, der überbringt eine Botschaft und jemand hat ihn gesandt. Jetzt gibt es Engel und dienbare Geister, so wie es erklärt wird im Neuen Testament. Aber Yeshua ist der Sohn, der höchste Bote. Der höchste Bote im Himmlischen, nach ihm kommt nur noch Gott. Und er ist der höchste Bote, der kommt mit der wichtigsten Botschaft überhaupt. 5. Mose 18. Er ist dieser Prophet, auf den wir gewartet haben. Und wenn er als größter Bote, wenn er vom Vater überwacht wird und er ist dem Vater untertan und er sagt, er tut alle Zeit, was der Vater will. Und hier, 1. Korinther 15 ist nur ein Vers, 28, hier steht, Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, also dem Sohn, alle Reiche werden ihm unterworfen, dann wird auch der Sohn selbst, also der jetzt da diese ganzen Reiche bekommen hat, der Sohn selbst sich dem unterwerfen, das heißt der Sohn selbst wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, kam es mit? Liebst nochmal durch für dich. Lese es gerne nochmal für dich durch. Damit Gott alles in allen sei. Kernbotschaft, Jeschua wird sich, wenn er alles hier unterjocht und unterworfen hat, sich dem Vater unterwerfen. Also alles geht zurück zum Vater, der über alles wacht, den ganzen Tag. Sowieso schon. Aber damit haben die Menschen keine Probleme. Sondern es steuert auf eine Zeit zu, wo die Menschen alles, was sie tun, Alles, was sie tun, hat damit, dass das, was du machst, ist böse, wenn du das Gute tust. Das ist das Wahre, worauf es hinausläuft. Du wirst später nicht überwacht, weil die Bibel hat ja es vorausgesagt, weil du das Böse tust und du wirst verhaftet, weil du das Böse getan hast. Das ist aber, was ein Staat machen soll. Das ist, was der Staat in vielen Instanzen heute macht. Aber mehr und mehr wird es dahin gehen, dass wenn du das Gute tust, wirst du angeklagt, weil du jetzt das Falsche getan hast. Im Augen des Systems, welches von einem Feind beherrscht wird. Und der Feind ist der Satan selbst. Hat die Bibel vorausgesagt, dass die Menschen also das machen werden. Der Antichrist kommt also die ganzen Lehr- und Erklärungsvideos diesbezüglich. Warum sie diesen Punkt, zumindest habe ich das selten gehört, nicht erklären, ist, dass die Menschen sind so außer Rand und Band, dass der Antichrist erst kommen kann, wenn jeder Mensch so korrupt geworden ist, dass er reif ist für den Antichrist. Der Antichrist kommt nicht und dann wird es alles schlimm werden. Der Antichrist kann nur kommen, wenn Menschen bereit sind, ihn anzunehmen. Sie warten nur drauf. Und diese ganzen Überwachungssysteme sind dazu da, um die auszulöschen, die das Gute tun aus der Sicht der Bibel. Kommst du mit? Lass mich mal schließen mit der Offenbarung, was an die Gemeinde von Smyrna gesagt wird. Die Sennschreiben, das ist Kapitel 2. Und Smyrna, lass uns mal Vers 8 lesen. Hier steht, Ich kenne deine Werke. Jetzt nochmal hier zu den Sennschreiben. Ich mache kurz Pause, um das zu erklären. Es gab nicht sieben Gemeinden und diese sieben Gemeinden ist irgendetwas stellvertretend für eine Zeitepoche. Es gibt so Auslegungen. Wir sind gerade in der Phase von Philadelphia. Aber unsere Geschwister, die mal gelebt haben vor 100 Jahren, die befinden sich eher in der Zeit von Thyatira. Es ist Nonsens. Jeschua spricht zu der Braut. Alle Zeit. Das heißt, das, was Philadelphia hörte und was Smyrna hörte und was Sardes hörte und all die Gemeinden, was sie gehört haben, das ist, was die Braut hören muss. Sprich, das, was Smyrna jetzt hier erlebte, erleben Gläubige die ganze Zeit über. Jetzt hier Vers 9. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn der Teufel ins Gefängnis wirft. Gefängnis ist ja eine Strafe, wo Übeltäter aufbewahrt werden. Für ein Gericht oder für das Weitere. Wie bei Pilatus. Jeschua wurde gefangen genommen von dem System. Hier steht, sie seien Juden, aber sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Haben wir gerade mit den Festtagen jetzt hier erklärt. Jetzt nimmt man babylonische Festtage und sagt, aber man tut es für Christus. Die Steigerung bei den Pharisäern, wann ja Juden, ist, die kommen aus dem Volk. Wirklich aus der physischen Linie von den wahren Anbetern Gottes aus Israel. Sie nehmen auch die Tora. Sie zitieren nicht irgendwas aus Babylon. Sie zitieren Abraham oder Moschee oder irgendwas aus den Propheten. Und dennoch waren sie Jeschua so spinnefeind. Und Jeschua hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Das heißt, die waren sehr religiös. Und die haben sich sehr minutiös an gewissen Sachen gehalten. Aber an die Essenz des Glaubens, da gingen sie nie ran. Und deswegen, wenn jetzt jemand sagt, er ist zum Glauben gekommen, weil er jetzt verstanden hat, dass der Sabbat ist der richtige Tag. Oder er glaubt, dass die Tora sei noch gültig. Er macht sich ganz doll Gedanken darüber, wo er sein Fleisch herbekommt und ob es koscher und sauber ist. Und er schaut nach irgendwelchen Neumonen oder nach der prophetischen Bedeutung, dass jetzt eine Sonnenfinsternis da war. Und das hat für ihn ganz große, ganz große Merkmale. Aber Dinge tut er im Verborgenen, die nicht im Verborgenen sind, weil er gegen die kämpft, sondern die tut er heimlich. Okay? Er tut Sachen heimlich. Die Frage ist jetzt, um was für eine Art Überwachung macht der Mensch sich Sorgen? Soll man jetzt nicht hören? Nochmal, es gibt Dinge, die haben dich nicht zu interessieren. Gespräche, die ich führe, wie ich schreibe, was ich im Büro, was du da zu Hause auf der Arbeit machst. Das hat keinen zu interessieren. Aber wenn es denn rauskäme, wie du deine Sachen bezahlst und wie du deine Sachen bestellst, wäre es ein Geheimnis, weil es ja eh ins Gericht kommt. Das heißt, die Überwachung, die kommt, dient zum Mahlzeichen. Und das Mahlzeichen heißt, alle tun es, weil die haben ein Zeichen auf der Hand oder auf die Stirn. Aber die tun es nicht für Gott, weil Johannes kannte das Bild, dass du sollst ja alles tun. Deine Erziehung etc. und deine Ehe und alles, was du tust und lebst, soll ja für Gott sein. Aber diese Meute tut es nicht. Die tun es für den Feind. Aber die singen noch dabei. Haben wir schon alles erklärt. Die sagen, wer ist wie das Tier. Also sie jubeln, denn der Antichrist kann erst kommen, wenn die Menschen vollkommen böse geworden sind. Und die wollen es nicht anders, außer den Satan anzubeten. Also die gehen komplett konform mit dem System überein. Die Überwachung, die kommt, die wird dazu dienen, dass wenn du das Gute tust, wirst du angeklagt. Wie kannst du deine Kinder erziehen nach der Bibel? Warum ist bei dir in deinem Haus der Mann das Haupt? Bist du nicht progressiv? Warum glaubst du nicht an gewissen Ideologien? Du sagst aber, ich habe damit doch gar nichts zu tun. Ich baue nur Maschinen. Ja, aber wir wollen, dass du vorher sagst, du glaubst an diese Ideologie. Sonst kannst du keine Arbeitsstelle bekommen. Du sagst aber, es hat doch mit der Sache gar nichts zu tun. Die Ideologie, die du hier fahren willst, hat doch gar nichts mit der Maschine zu tun. Aber wir wollen, dass du zustimmst. Sonst bekommst du keine Arbeitsstelle. Menschen werden aber freiwillig zustimmen, weil sie das Böse lieben. Kommst du mit? Also eine totale Überwachung, die kommt. Was hat der Mensch geglaubt? Du wirst überwacht. Kinder werden überwacht von ihren Eltern. Der Mann wird überwacht von Christus, was er tut. Die Frau steht zur Seite des Mannes, aber er ist ihr Haupt. Das heißt, er ist der, der das Haus leitet. Wir werden alle überwacht. Christus unterwirft sich da dem Vater. Das alles kümmert den Menschen nicht. Aber dass Kamera irgendwo aufgestellt wird, scheint zu kümmern. Na klar kommt eine totale Überwachung. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und was es wirklich bedeutet. Ich hoffe, du konntest daraus lernen. Einiges, dass in der ersten Instanz, es geht dem Feind, aus meinem Verständnis, nicht darum, dass man nur das Falsche macht. Das Falsche wird programmiert zum Guten. Okay? Isaiah 5. Wehe denen, die halt das Böse gut nennen. Und Bittere süß. Das heißt, das Böse, Perverse, Abtrünnige, das wird zum Standard. Das, wo es hinführen soll. Denn das braucht der Feind, um sie zu vereinen. Und dann gibt es den riesengroßen Schlag, wenn er eines Tages ausrückt. Und alle folgen ihm nach, um persönlich gegen Gott zu kämpfen. Wenn das in der Bibel stehen würde, hättest du vielleicht nicht geglaubt. Jetzt in den letzten Jahren merkst du, es ist sehr wohl möglich. Aber es wird passieren, dass die Menschen werden aufstehen, um physisch und persönlich gegen Gott zu kämpfen. Und wir haben schon Anfänge jetzt in den letzten Jahren gesehen. Wir haben etwas schon gelesen von der Hure Babylon in der Bibel. Die Hure Babylon arbeitet mutwillig mit, damit das Tier an die Macht kommt. Also Dinge, die du hättest nicht glauben können, aber die passieren gerade. Ja, es kommt. Aber es kommt in eine gewisse, in einer Fasson. Ja, die hat nichts damit zu tun, den Mensch zu überwachen, weil er das Böse tut, was er ein System machen soll. Sondern alles, was er später macht, okay, er wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er versucht, das Gute zu tun, aus der Sicht der Bibel. Und die Tatsache, dass Menschen sich Gedanken machen, ist die Frage, worüber machen sich wirklich Gedanken? Was haben sie wirklich zu verbergen, wenn sie eh Sachen den ganzen Tag ins Internet posten? Vielleicht machen sich die Gedanken, die jetzt wissen, was auf uns zukommt und sagen, es wäre besser, wir können es im Verborgenen machen, weil in einem Satan-freundlichen System wäre das für uns nicht gut. Das verstehe ich. Aber da musst du keine Gedanken machen, wie Jeschua es zu der Gemeinde sagte in Smyrna. Haare du nur aus. Bleibe bei dem, was Gott sagt. Es wird noch schlimmer kommen. Deswegen wird alles gerade so schlimm. Damit der Mensch das Vollste offenbart an Sünde, was nur möglich ist, damit Gott es eines Tages richten kann. Haben wir besprochen in den letzten Videos. Ich hoffe, du konntest daraus was gewinnen. Im Prinzip, es macht dir Mut und stärkt dich, weil du weißt, es muss kommen. Es ist kurios, dass die Überwachung durch Gott keine Sorge bereitet. Das ist aber die wahre Sorge. Denn wenn wir hier alle auf der Erde so leben würden, wie Gott es will, stellen wir vor, Aaron würde uns den ganzen Tag überwachen. Es gibt eine App. Steve, komm mal zum Gespräch. Der Aaron bittet gerade, dass du vorbeikommst. Und da kann ja nur Freude aufkommen. Vielleicht erstmal mit Zittern, aber du weißt, es kann nur zum Guten werden. Sofern du nichts gemacht hast aus dem Gesetz, wo die Todesstrafe drauf ist. Aus der Sichtweise von Gott. Wenn es zur Korrektur ist und zur Besserung, dann kannst du nur gut sein. Das ist nicht, wofür es genutzt wird. Es wird genau genutzt für eine andere Richtung. Also, auf was wartest du? Was denkst du, kommt auf uns zu? Natürlich kommt etwas auf uns zu. Aber wenn die Menschen Gottes Überwachung ablehnen, dann gibt es nur eine einzige Alternative. Und das ist die Überwachung des Antichristen. Und der kommt, weil sie ihn gerufen haben. Also, der Kreis schließt sich. Ist mir nicht ganz klar, was die Menschen meinen. Die halt sagen, dass sowas kommt auf uns zu. Wie schrecklich. Es ist alles schrecklich. Aber die Reise beginnt, dass du anfängst, alles auszukehren und mit dem Kämpfen, was du noch zu kämpfen hast, dass du es mal rasch abschließt. Weil der Tag kommt, wo wir eines Tages vor Christus stehen müssen. Ich hoffe, der Vortrag konnte dir was bringen. Wenn du es mochtest, du kannst das Video gerne teilen. Du kannst den Kanal auch gerne abonnieren. Die Arbeit, die ich hier mache, die wird unterstützt durch die Menschen, die sich die Vorträge anschauen. Wie du die Arbeit unterstützen kannst. Die Info dazu findest du in der Beschreibung von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Friede sein mit dir.